So einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Ab und vom Wetter her. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Sehr, sehr angenehme Temperaturen. Wolkenloser Himmel soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. Ein Riesen-Penomenal. Oskar. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Gomes. Clever gespielt. Versucht ihn nach. Nutze die Chance. Erstmal raus mit dem Ding. Und noch, er versucht, er sitzt. Atalanta-Bergamo. Jetzt wird einem ganz bequemen zwei Tore Vorsprung. Die ist stark angesetzt zum Kopfball. Und ein Schub, Freunde, was? Josep Belicic. Er hält drauf. Sie sollten jetzt weiter mit breiter Brust spielen und versuchen, die Führung weiter auszubauen. Gomes. Ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung.